Sohn im Ausbildungsdienst bedeutet Piat. Das heißt, ich mache die Unteroffizierslaufbahn, habe die Eignungsprüfung im Dienst gemacht und ja, ich möchte dabei bleiben. Ich möchte Hochmeister einmal, das ist nächstliegendste Ziel. Es sind so circa eineinhalb bis zwei Jahre, wenn alles gut geht. Das bedeutet auch, dass man die Ausbildungserfolge immer erzielen sollte. Dass da was weitergeht und das ist meine nächste Hürde. Mir bekämpfen wir da jetzt auf 1200 und ja, auf die Panzer. In dem Fall Jagdpanzer Kürassier. Der Richtschütze ist genau da, wo ich jetzt kniere. Da ist der Truppkommandant und da ist dann der Bereich vom Ladeschütze. Feuer Gunnar. Geht käm. Wir sind inflation. Jahrhundert. Feuer! Achtungsschuss! Alles falsch! Ich möchte auf jeden Fall dabei bleiben. Und wenn es geht, auch in St. Michael bei der Oktien. Einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020